Die gesamten Verluste durch Steuerhinterziehung und Steuervermeidung sind in der Europäischen Union über 1000 Milliarden Euro pro Jahr. Die Leidtragenden sind in aller Regel Konsumentinnen, Steuerzahlerinnen, Bürgerinnen und Arbeitnehmer. Reiche und Unternehmen, die ihr Geld in Steueroasen verschieben. Wenn wir nur 10 Prozent davon hätten, in welch guter Verfassung wäre die europäische Wirtschaft? Die Regierungen tun einfach nicht genug. Das ist ein gigantischer Betrag. Erstens kann man sich fragen, was könnte man damit alles machen für Bildung, für Infrastruktur. Es geht natürlich so nicht weiter. Jeder muss seinen angemessenen Anteil zur Finanzierung der öffentlichen Haushalte beiträgen. Und nicht die, die weltweit verschieben können, entziehen sich der Besteuerung. Und eine milliardenschwere Branche aus Beratungsfirmen verdient daran, Steuerschlupflöcher zu finden. Sie sind extrem mächtig. Die Menschen, die mit ihnen oder für sie arbeiten, die es ihnen ermöglichen, wenig oder gar keine Steuern zu zahlen, sind sehr mächtig. Das ist zerstörerisch für das Vertrauen in den Staat, weil man den Staat nicht mehr als gerecht empfindet. Arbeit, Arbeit rufen sie. Die Menschen in den Krisenländern gehen auf die Barrikaden. Denn der normale Steuerzahler in ganz Europa muss bankrotte Staaten und marode Banken stützen. Gleichzeitig verschieben Konzerne legal und illegal Milliarden in Steueroasen. Jahr für Jahr entgehen so Europa eine Billion Euro an Steuern. Mehr Geld als die Euro-Krise kostet. Wie kann das sein? Und was tun Europas Politiker dagegen? September 2007. Im Stammsitz des italienischen Luxus-Modekonzerns Dolce & Gabbana in der Via Goldoni überprüfen Finanzbeamte an diesem Tag Abrechnungen, Akten und Schriftverkehr. Eigentlich eine Routinekontrolle. Aber heute stoßen die Beamten auf Ungereimtheiten. Bei dieser Kontrolle hat die Finanzpolizei die Computer des Geschäftsführers von Dolce & Gabbana durchsucht und seltsame E-Mails bemerkt. Die Mails betrafen eine bis dahin völlig unbekannte Gesellschaft namens Gado in Luxemburg. Bei der Auswertung des Schriftverkehrs stellten die Beamten fest, dass die Firma Gado zwar ihren Sitz in Luxemburg hat, dass sie aber im Wesentlichen aus Italien geführt wurde. Gavi Stefano Gabbana, Dovi Domenico Dolce? Ein Fall für Staatsanwältin Laura Pedio. Die beiden Modemacher werden verhört. Die Frage, hatte die Firma in Luxemburg, über die hunderte Millionen von Euro gelaufen sind, eine eigene Geschäftstätigkeit mit echten Geschäftsführern? Oder diente sie der Steuerflucht mithilfe von Strommännern? Das wäre eine Straftat. Die Modemacher bestreiten das. Staatsanwältin Pedio befragt auch die angeblichen Geschäftsführer von Gado. Bei diesen Befragungen kam heraus, dass diese Personen in Luxemburg ganz einfache Angestellte waren. Sekretäre, kaum mehr als Schreibkräfte. Die hatten keinerlei Führungsfunktion. Daraufhin habe ich mit meinem Kollegen die Anklagen gegen die beiden Modemacher und den Steuerberater, der diese Operation möglich gemacht hat, formuliert. Haben die Unternehmer legal Steuern vermieden oder Steuern hinterzogen? Die nächsten sieben Jahre werden sich italienische Gerichte mit diesem Fall befassen. Bis zur höchsten Instanz. Denn zwischen legal und illegal liegt nur ein schmaler Grat. Enormer Spielraum für die Konzerne. Und ein gigantisches Problem für Europa. Hier fehlen eine Billion Euro an Steuern. Jedes Jahr. Als alles noch gut lief und es den Ländern noch gut ging, hat man da nicht so genau hingeschaut. Erst die Krise hat dieses Problem sichtbar gemacht. An den massiven Problemen, die die Krisenländer wie Griechenland, Italien und Spanien haben, haben die fehlenden Steuern einen enormen Anteil. Wir hätten wahrscheinlich diese Krise, die wir jetzt haben, in der Form nicht, wenn die Steuern bezahlt werden. Das ist eindeutig. Wenn die Zahl zutrifft, und ich glaube, dass sie zutrifft, dann müssen wir davon ausgehen, dass wenn wir nur schon 10% davon hätten, also ein relativ niedriger Steuersatz, die Haushaltsprobleme der Krisenländer sicher gelöst wären. Ist das hinnehmbar, dass die Krisenländer in Finanznöte auch kommen, steuerlich, weil Konzerne ihre Gewinne ins Ausland verbringen? Ja, was macht ein Konzern? Der Vorstand eines Unternehmens, auch ein Konzern ist ein Unternehmen, ist dem Unternehmen verpflichtet. So wie der Finanzminister natürlich auch den Interessen der Bundesrepublik Deutschland verpflichtet ist. Tut er das nicht, verletzt er seine Verpflichtungen sträflich, wird ihn erstens mal, werden ihn die Eigentümer feuern, welcherweise macht er sich auch wegen Untreuen strafbar. Aus den Krisenländern flieht das Geld dorthin, wo schon haufenweise Geld ist. Zum Beispiel in die Schweiz. Wahlheimat des Buchautoren und Journalisten Niklas Schexen. Seit Jahren analysiert er die Methoden zur Steuerflucht. Das Thema lässt ihm keine Ruhe. Er findet Briefkastenfirmen, aber nicht nur im Steuerparadies Schweiz, sondern sogar in EU-Ländern wie in Irland, den Niederlanden, Luxemburg, Belgien und Zypern. Sie locken Billionen von Euro an und ermöglichen es, Steuern zu sparen oder Gewinne weiterzuleiten in weitere Steuerparadiese am anderen Ende der Welt. Oft legal. Die europäischen Steueroasen sind der größte Skandal, der mir je begegnet ist. Länder wie die Niederlande, Irland, Luxemburg beuten die Steuerzahler in Europa und anderswo auf der Welt in übelster Weise aus. Sie sitzen mitten im Herzen der Europäischen Union. Und sie kommen damit durch. Da muss was passieren. Und Europa muss sich die Frage gefallen lassen, warum es den Steueroasen das durchgehen lässt und dem nicht endlich einen Riegel vorschiebt. Steueroasen unter dem Schutz der EU? Und das, obwohl das Geld in den Krisenländern dringend gebraucht wird? Wie kann das sein? Das Problem? EU-Staaten, die von den Steuerschlupflöchern profitieren, wollen ihre Vorteile nicht aufgeben. Jeden Tag erleben wir das, wo in den zuständigen Ausschüssen Regierungsvertreter sagen, also das kriegen wir nicht hin. Meistens mit wohlgesetzten Worten ist die Botschaft aber immer die gleiche. Wir geben keine Kompetenzen ab. Wohin das führt, wenn jedes Land nur im eigenen Interesse handelt, zeigt das Ringen um die sogenannte Zinssteuerrichtlinie. Eine schier unendliche Geschichte. Dabei wollte man mit ihr nur eine gerechtere Besteuerung von Gewinnen bei privaten Geldanlagen erreichen. Das neue Jahrtausend hat gerade begonnen. Und seit zwei Jahren kämpft Hans Eichel nun schon mit seinen Finanzministerkollegen um eine Einigung. Immer wieder melden die Länder neue Bedingungen an. Oft solche, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. An diesem Tag ist es Italien. Das war in einer der vielen Brüsseler-Sitzungen. Die Italiener waren für die Zinssteuerrichtlinie, aber sie wollten dringend eine für sie bessere Milchquote herausholen. Und sagte dann der italienische Finanzminister, wir waren in allem schon einig, gesagt, ich stimme nur zu, wenn es eine Verbesserung bei der Milchquote für Italien gibt. Der Kuhhandel, mehr italienische Milch für mehr Transparenz bei den Steuern. Das hat uns alle unglaublich aufgebracht, mich auch. Das können die Finanzminister auch gar nicht entscheiden. Das ist gar nicht in ihrem Bereich. Und es ist eigentlich auch völlig sachfremd. Wir waren alle richtig sauer. Aber was blieb uns anderes übrig, nachdem der italienische Kollege absolut stur blieb? Wir haben uns alle an die Telefone gehängt, haben mit den Landwirtschaftsministern in unseren Regierungen geredet, denn die waren zuständig. Und haben dann da auch einen Kompromiss hinbekommen und damit war das italienische Veto vom Tisch. Die Verhandlungen gehen weiter, jahrelang. Weil Österreich und Luxemburg von ihrer Steuerfreizügigkeit profitieren, sperren nun sie sich gegen eine Lösung. Und jedes Land kann eine Einigung komplett blockieren. Das zeigt, Einstimmigkeit funktioniert nicht. Das Prinzip, dass alle Staaten erst im Konsens entscheiden müssen, 27 Länder, bis sich im Steuerbereich etwas tut, das muss verändert werden. Ein gemeinsamer Markt braucht echte demokratische Kontrolle. Und mit Demokratie hat es nichts zu tun, wenn Zwergstaaten wie Luxemburg alle anderen als Geisel nehmen können. In Luxemburg treffen sich an diesem Juni-Tag die EU-Finanzminister zu einer Sommersitzung. Seit Beginn seiner Amtszeit, seit fünf Jahren, feilt Stanz Eichel nun schon mit seinen Ministerkollegen um eine Lösung bei der Zinssteuer. An diesem Tag soll jetzt endlich der Vertrag geschlossen werden. Es war die letzte abschließende Beratung der Zinssteuerrichtlinie. Ich war vorgewarnt, weil meine Europaabteilungsleiterin die Ohren auch überall hatte und sagte, die Luxemburger werden etwas versuchen. Der große Europäer Jean-Claude Juncker will die neue Richtlinie verhindern, aber offenbar nicht persönlich. Er greift zu einem Trick. In der Sitzung, die Jean-Claude Juncker leitete, erklärte er um zwölf, er müsse dringend weg, er habe einen unaufschiebbaren Termin als Regierungschef. Bis dahin war die Zinssteuerrichtlinie noch nicht auf der Tagesordnung gewesen, also noch nicht behandelt. Plötzlich unterbreiten die Luxemburger Unterhändler einen neuen Vorschlag. Sie wollten eine ganz kleine Umformulierung in einem Paragrafen, die aber hätte praktisch die Richtlinie mehr oder weniger unwirksam gemacht. Klassisches Luxemburger Interesse, die haben das Thema ja nie gewollt. Das gehörte natürlich zur psychologischen Kriegführung am Verhandlungstisch. Das Erste, was ich gesagt habe, als die Luxemburger diese Änderung wollten, so laut, dass es jeder hören konnte, das Flugzeug war für drei Uhr bestellt, abbestellen, das kann nach Deutschland zurückfliegen. Wir bleiben hier, bis das Thema geklärt ist. Eichel weigert sich strikt an dem Vertrag, jetzt noch irgendetwas zu ändern. Das war eine klare Ansage an die Luxemburger. Am Ende geben die Luxemburger ihren Versuch auf, die Richtlinie zu torpedieren. Und als sie um sechs Uhr aufgesteckt hatten, da habe ich dann eben so laut gesagt, jetzt könnt ihr das Flugzeug zurückbeordern. Jetzt fliegen wir heim. Eichel reist nach Hause. Im Gepäck den mageren Kompromiss aus fünf Verhandlungsjahren. Andere wichtige Themen werden gar nicht angepackt. Und bis heute sind Europas Finanzminister meilenweit davon entfernt, sich bei Unternehmenssteuern wenigstens auf ein gemeinsames Mindestmaß zu einigen. Ja, es ist auf der einen Seite etwas frustrierend, weil sie den größeren Entwurf nie hinkriegen, aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als schrittweise für Verbesserung zu sorgen. Aber ist das nicht ein Armutszeugnis für die Europäische Union, dass sie es in den eigenen Reihen nicht hinbekommt? Dem würde ich nicht widersprechen. Und weil jedes Land macht, was es will, entwickeln sich unter den Augen der Politiker in der EU gigantische Steuerschlupflöcher. Vor allem bei den Unternehmenssteuern. Von diesen Steuerschlupflöchern profitieren besonders die großen, global agierenden Konzerne. Sie gründen Tochterunternehmen in Steueroasen und verschieben dorthin ihre Gewinne. Zum Beispiel die Weltkonzerne Microsoft, Google oder Apple. Statt des US-amerikanischen Unternehmenssteuersatzes von etwa 35 Prozent, zahlte Microsoft auf Gewinne außerhalb der USA in 2010 nur 11 Prozent. Google gerade mal drei Prozent. Und Apple nur ein Prozent steuern, also fast nichts. Sie sparten Milliarden. Ein Unternehmen soll nicht mit Steuern belastet werden, das sein Gewinn produktiv verwendet. Wenn aber Unternehmen ihre Gewinne einfach ins Ausland buchen und dann überhaupt keine Steuern darauf bezahlen, dann ist das Ganze aber völlig absurd. Wohin geht denn dann das vermiedene Steuergeld? Das vermiedene Steuergeld wurde verwendet, um Gehälter des Spitzenpersonals zu stärken. Es wurde verwendet, um Dividenden auszuschütten. Es wurde verwendet, um den Wert des Unternehmens an der Börse zu erhöhen. Steuervermeidung heißt, wenn es von Konzernen betrieben wird, Umverteilung von unten nach oben. Die Profiteure sind die Investoren und sind die Vorstände, das Management eines Konzerns. Die Leidtragenden sind in aller Regel Konsumentinnen, Steuerzahlerinnen, Bürgerinnen und Arbeitnehmer. Aber wie machen die Konzerne das? Beispiel Lizenzen. Konzerne wie Starbucks, Ikea oder Apple haben Tochterunternehmen zum Beispiel in den Niederlanden und übertragen ihnen die Rechte am eigenen Markennamen. Für jeden verkauften Kaffee, jedes Regal oder jeden iPod, den das Unternehmen nun in Deutschland unter dem Markennamen verkauft, muss es Gebühren an die Tochter in den Niederlanden bezahlen. Das Ergebnis? In Deutschland schrumpft der Gewinn und es müssen weniger oder gar keine Steuern mehr bezahlt werden. In den Niederlanden sind aber die Einnahmen aus diesen Lizenzgebühren quasi steuerfrei. Der Gesamtkonzern kann sich die zusätzlichen Einnahmen einverleiben. Das ist eigentlich eine Form von Räuberei. Denn wenn man hier die Kundinnen und Kunden nutzt, um Gewinne zu erzielen, dann muss man auch hier Steuern bezahlen. Ganz ähnlich wie mit Lizenzen läuft das mit Zinsen. Ein Konzern in Deutschland gründet Tochtergesellschaften in den Niederlanden oder Irland. Dann leiht er sich von diesen Tochtergesellschaften Geld. Dafür zahlt er Zinsen an seine eigenen Töchter in den Steueroasen zurück. Das schmälert hier den Gewinn und damit das Steueraufkommen. Der Effekt, Geld, das eigentlich der Staat bekommen sollte, kassiert der Konzern. Markus Mainzer vom Netzwerk Steuergerechtigkeit kennt noch ganz andere Steuertricks. Denn Mutter- und Tochterunternehmen handeln auch munter miteinander und rechnen Waren und Dienstleistungen in unvorstellbarer Höhe ab. Das belegen auch Untersuchungen der OECD. Also ungefähr 10 Billionen US-Dollar jährlich werden konzernintern an Transaktionen abgerechnet. Das ist ein gigantisches Potenzial für Missbrauch. Ein Mutterkonzern in Deutschland, der zahlt zum Beispiel seinem Tochterunternehmen in Fernost 1000 Euro für einen Kugelschreiber oder Plastikeimer. 1000 Euro für einen Eimer? Fantasiepreise auf dem Papier. Mit diesen Rechentricks wandern die Gewinne in die Steueroase und der Konzern spart wieder extrem viel Geld. Der größte Teil des Welthandels, der größte Teil der Waren, die weltweit verkauft werden, wird zwischen Konzernteilen verkauft und nicht zwischen Konzernen und Konsumenten. Innerhalb des eigenen Konzerns? Innerhalb des gleichen Konzerns, genau, des selben Konzerns, ganz richtig. Unternehmen sparen Steuern, um besser zu wirtschaften. Dabei nutzen sie jeden Spielraum, den die Steuergesetze bieten. Und weil Unternehmen in einer globalisierten Welt wirtschaften, können sie Staaten gegeneinander ausspielen. Erst recht, wenn die Länder sich so uneinig sind wie in der EU. Die europäischen Staaten blockieren sich bei der Steuer gegenseitig, weil sie auf eigene Vorteile nicht verzichten wollen. Solange wir in Europa einen Flickenteppich von Unternehmenssteuern haben, wird immer passieren, dass die Gewinne vorzugsweise dort landen, wo die Steuern am niedrigsten sind. Und daran ändert die Politik selbst dann nichts, wenn sich eine Möglichkeit dazu bietet. Beispiel Irland. Steueroase mit einem der niedrigsten Unternehmenssteuersätze in der EU. Fast alle großen US-Konzerne haben hier ihren Europasitz. Irland hat lange Zeit natürlich eine Steuerpolitik betrieben und zu erkennen gegeben, kommt zu uns als Investoren. Bei uns werdet ihr in Anführungszeichen besser, günstiger behandelt als zum Beispiel in Deutschland. Wir gewähren bestimmten unternehmensrechtlichen Konstruktionen auch bestimmte Privilegien. Rückblick Ende 2010. Irische Banken stehen am Rande der Insolvenz. Die EU-Länder sind alarmiert. Es geht um Milliarden. Man verhandelt Tag und Nacht. Hilfskredite müssen her. Dringend. Bis heute werden 45 Milliarden Euro genehmigt. Zwei Jahre später. Thanksgiving. Die amerikanische Handelskammer bedankt sich mit einem Festmahl für die lukrativen Geschäfte in der Steueroase und im Niedrigsteuerland Irland. Im Gegenzug stellt der irische Finanzminister etwas Entscheidendes klar. Liebe Gäste, wir sind ein freundliches Land für Investoren. Und ein Schlüsselelement unserer Freundlichkeit ist der Steuersatz von 12,5 Prozent. Ich kann Ihnen versichern, dass er absolut nicht verhandelbar ist. Das Verständnis, einerseits europäische Rettungsgelder anzunehmen und andererseits mit so niedrigen Steuersätzen weiterzumachen und damit uns dann Geld abzuzeugen, ist ein Verständnis von Solidarität als Sackgasse. Hätte man nicht diese Hilfsgelder auch an Forderungen knüpfen müssen? Naja, man hat es damals versucht. Das Problem ist nur das folgende. In den europäischen Verträgen steht, die Steuersysteme sind Angelegenheiten der Mitgliedstaaten. Und der steuerlichen Regelungen brauchen wir eine einstimmige Entscheidung. Und dann gibt es eine Reihe von Mitgliedsländern, die sagen, wir möchten nicht alles nur in Brüssel haben. Und das ist der Grund, warum einem manchmal die Hände gebunden sind, obwohl man sich auch wünschen könnte, naja, wir haben es oft genug gesagt, wir können das schon eure Körperschaftsteuersätze auch ein bisschen anheben. Statt die Steuersätze anzuheben und damit Schlupflöcher zu schließen, machten die Staaten genau das Gegenteil. Um Unternehmen in ihr Land zu locken, lieferten sie sich einen knallharten Steuersenkungswettbewerb. Zwischen 2000 und 2010 senkten fast alle europäischen Staaten immer weiter ihre Unternehmenssteuern. Italien von über 40 auf 31,4 Prozent, Deutschland auf 29,8, Großbritannien auf 28, Portugal auf 26,5, Griechenland auf 24, Polen auf 19 und Irland auf 12,5 Prozent. Ich würde das Dumping, das die Staaten sich da untereinander leisten, als ruinösen Wettbewerb bezeichnen. Weil an diesem Steuerdumping verdienen am Ende Unternehmen, denen es gut geht. Und die Zeche dafür zahlen kleine Leute, denen es dann immer schlechter geht. Das wird Europa auf Dauer zerstören. Deshalb ist der Kampf gegen dieses Steuerdumping ein Stück zur Rettung der europäischen Identität. Wenn die Länder diesen Wettlauf um die niedrigste Besteuerung fortsetzen, wird das in einer fatalen Abwärtsspirale enden. So kann man vielleicht internationale Firmen anlocken, aber man hat nichts mehr davon. In Deutschland senkte zuerst Finanzminister Hans Eichel den Unternehmenssteuersatz von über 50 Prozent auf zunächst 40 Prozent. Sein Nachfolger Peer Steinbrück dann auf unter 30 Prozent. Steuerverluste dadurch etwa 37 Milliarden Euro pro Jahr. Jetzt wundert man sich natürlich, dass gerade SPD-Finanzminister wie Herr Eichel und Sie die Unternehmenssteuern so gesenkt haben. Naja, das war damals Ausdruck, wie ich gesagt habe, dass die Unternehmensbesteuerung in Deutschland bis Anfang des ersten Jahrzehnts im europäischen Vergleich im letzten Viertel gelegen hat. Und dass damit jedenfalls ein Anreiz bestand, Deutschland als Investor zu verlassen und in ein Land zu gehen, wo die Unternehmensbesteuerung sehr viel günstiger ist. Das Kapital ist kein scheues Reh, das man mal streng anschaut und husch husch ist es davon. Die gleichen Leute, die ohne jede Hemmung und woanders hingehen, wo sie Profite machen können, wissen auch sehr genau, dass sie ihre Profite nur dort machen können, wo es eine blühende Wirtschaft gibt. Wenn man einen angemessenen Unternehmenssteuersatz hat, werden die Unternehmen immer noch kommen und investieren. Erst recht, wenn es einen grossen Markt gibt und Menschen ihre Waren kaufen. Die Furcht, dass man Unternehmen vergrault, wenn der Steuersatz zu hoch ist, ist völlig übersteigert. Das sind einfach Horrorgeschichten ohne Substanz. Auch Deutsche und Gabana sind nicht aus Italien weggezogen. Seit sechs Jahren geht es nun um den Fall des Modeunternehmens. Seitdem kämpft Staatsanwältin Laura Pedio um eine Verurteilung. Der ursprüngliche Vorwurf? Die beiden Modemacher sollen hunderte Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Mit einer Scheinfirma, Gado in Luxemburg. Heute soll das Urteil gefällt werden. Aufgrund von Besonderheiten im italienischen Justizsystem ist allerdings ein Teil der Anklage verjährt und kann jetzt nicht mehr juristisch verfolgt werden. Denn seit die Tat begangen wurde, ist einfach zu viel Zeit verstrichen. Und dann das Urteil. Schuldig in den verbliebenen Anklagepunkten. 20 Monate Haft auf Bewährung. Ein Jahr später dann, die Kehrtwende. Der oberste Gerichtshof hebt das Urteil auf. Und die Steuervermeidung von Deutsche und Gabana wird als legal eingestuft. Legale Steuervermeidung, also das, was fast alle Konzerne machen. Auch die Deutschen? Auch sie handeln in einer globalisierten Welt. Auch sie zahlen ihre Steuern in vielen Ländern zu unterschiedlichen Steuersätzen. Aber wie viel zahlen sie und wo? Und vermeiden sie auch Steuern? Lorenz Jarras forscht seit Jahrzehnten dazu. Eine Detektivarbeit, weil immer mehr verschleiert wird. Verschleiert wird vor allem, in welchem Land die Konzerne was verdienen. Warum ist das problematisch? Es ist deshalb problematisch, weil man damit überhaupt keine Informationen hat über tatsächlich umgesetzte Steuervermeidungsstrategien. Denn man hat ja nur weltweite Zahlen für die Konzerne. Jarras hat aber trotzdem einige Dinge herausfinden können. Für unseren Film hat er zum ersten Mal ermittelt, wie viel Steuern die großen deutschen Unternehmen zwischen 2010 und 2012 wirklich bezahlt haben. Und das erstaunliche Ergebnis? Trotz des stark gesenkten Unternehmenssteuersatzes zahlen einige Konzerne viel weniger als erwartet. Statt wie in Deutschland üblich 29,5 Prozent Unternehmenssteuern, bezahlte Siemens weltweit 22 Prozent. BASF 20, die Deutsche Post 19, VW 18 und EON 15 Prozent. Warum? Jetzt wird häufig argumentiert, die Steuerquoten seien deshalb sehr viel niedriger, weil in den großen anderen Industrieländern die nominalen Steuersätze so sehr viel niedriger sind. Das stimmt aber gar nicht. Zum Beispiel in den USA und in Frankreich sind die nominalen Steuersätze sehr viel höher. Und in einer ganzen Reihe von anderen Ländern liegen sie etwa beim deutschen Steuersatz von 30 Prozent. Woran liegt es denn dann? Es besteht die starke Vermutung, dass diese zum Teil extrem niedrigen Steuersätze das Ergebnis von systematischer Nutzung von Steuersparmodellen ist. Die Unternehmen bestreiten das. Auf unsere Anfragen antwortet Siemens, die niedrigen Steuersätze stünden mit Steuervermeidung in keinem Zusammenhang. VW schreibt, man betreibe keinerlei künstliche Gestaltungen, um die Steuerlast zu vermindern. Die Deutsche Post unterhalte ihre ausländischen Töchter nicht für Steueroptimierungszwecke. Und EON erfülle alle bestehenden Steuerpflichten. Bei BASF ist man so ehrlich mitzuteilen, man halte es für angemessen im Sinne unserer Aktionäre, die Steuerlast im jeweiligen Land zu senken. Keine Steuervermeidung? Seltsam. Denn die 30 größten deutschen Aktiengesellschaften haben sehr viele ihrer Töchter nicht in den Industrienationen, sondern in Steueroasen. Vor allem in Delaware, in den USA, in den Niederlanden, in Luxemburg, in der Schweiz und auf den Cayman-Inseln. Insgesamt fast 2500 Tochterunternehmen. Und auch die von uns untersuchten Konzerne sind in Steueroasen gut vertreten. Siemens hat hier 46 Töchter, BASF 40, die Deutsche Post 70, VW 97 und EON 81. Unternehmen reden viel über Ethik und soziale Verantwortung. Sie praktizieren sie auch manchmal. Aber die Steuern sind ein völliges Tabu. In dem Bereich entziehen sie sich völlig dem Anspruch, Steuergesetze nicht nur dem Buchstaben nach, sondern auch dem Geist nach einzuhalten. Unternehmen geben Arbeit, erwirtschaften Profite. Aber weil sie immer mehr Steuern vermeiden, beteiligen sie sich immer weniger an den Kosten für unser Zusammenleben. Für Bildung, Erziehung, für Gesundheit und Sicherheit. Wenn die wirtschaftsnahe Infrastruktur verfällt, wenn das Bildungssystem nicht genügend Geld bekommt, wenn sie schlecht und einfach den Eindruck haben, es ist alles auch moralisch vertretbar oder es ist auch alles legitim, was legal erlaubt ist. Es ist nicht legitim in meinen Augen. Es mag legal sein, aber es ist nicht legitim. Doch es ist die Politik, die die Gesetze macht. Und es ist die europäische Politik, die neue Gesetze blockiert. Sollte sie dann nicht zumindest dafür sorgen, dass die Konzerne ausreichend überprüft werden? Aber im Hintergrund hat sich eine riesige Branche entwickelt, die sogenannte Steuervermeidungsindustrie. Steuerschlupflöcher zu finden, ist ihr einziger Zweck. Dafür baut sie Konzerne so um, dass kein Finanzbeamter sie mehr durchschauen kann. In einem Bürogebäude irgendwo in Deutschland treffen wir einen Betriebsprüfer, der sich traut zu erzählen, wie Betriebe heute wirklich geprüft werden. Als der Finanzbeamte vor 20 Jahren anfing, wurden Steuerberater noch nervös bei seinem Erscheinen. Heute ist klar, wer das Sagen hat. Sie kommen rein in einen Empfangsbereich und dort werden sie nun erst einmal von einem Portier in Empfang genommen. Und dann setzt man sich da hin und wartet. Dann wird der jeweilige Partner informiert. Die kommen dann aus den oberen Etagen nach unten. Im Regelfall hochelegant gekleidet, ab einer bestimmten Gehaltsklasse, Maßschuhe, Maßanzüge. Dann unterhält man sich darüber, welche Prüfungsfelder man abdecken will. Das heißt, die Steuervermeidungsindustrie weiß am Anfang von der Prüfung zum Teil schon, in welchen Bereichen nicht geprüft wird? Ja. Und darauf kann sie dann ja auch setzen? Ja. Prüfungen also, bei denen die Inhalte schon bekannt sind? Und manchmal soll sogar überhaupt nicht mehr geprüft werden, sagt er. Mittlerweile gibt es so schöne Begriffe bei uns in der Verwaltung wie die in der Grünen Woche. Das heißt? Es wird alles durchgewunken, was kommt. Warum? Um die Statistik zu erfüllen. Und alles bleibt ungeprüft? Ja. Und wenn da Steuern hinterzogen oder vermieden werden, dann kommt man damit durch? Das ist dann gelaufen. Wir besuchen Professor Prem Sicker an der Universität Essex. Er hat sich mit der Steuervermeidungsindustrie intensiv befasst. Vier Konzerne beraten fast alle großen Unternehmen, damit sie möglichst wenig Steuern zahlen. Sie beschäftigen Tausende Akademiker nur, um Modelle zur Steuervermeidung zu entwerfen und Gewinne über die ganze Welt zu verschieben. Sie sind extrem mächtig. Die Menschen, die mit ihnen oder für sie arbeiten, betreiben überall Lobbyismus. Sie haben Abgesandte in allen Hauptstädten. Überall. Und sie beschäftigen die teuersten Rechtsanwälte und Kanzleien. Mitarbeiter dieser Branche haben Prem Sicker erzählt, wie sie Konzerne so verschachteln, dass kaum noch Steuern anfallen. Sie analysieren die Konten eines Unternehmens und sagen, wir können ihnen helfen, ihren Gewinn um x Millionen Euro zu steigern. Wenn ein Kunde nicht will, rufen sie eine Woche später wieder an und sagen, ihr Konkurrentsohn, so hat das Modell gekauft, er wird seinen Profit steigern. Wenn das nicht klappt, versuchen sie es eine Woche später wieder und sagen, das ist die letzte Chance, dieses Modell zu kaufen, weil die Regierung dieses Steuerschlupfloch schließen wird. Als nächstes kommt man persönlich zu ihnen, macht eine Präsentation, zum Beispiel auf einem Flipchart oder einem Laptop. Aber kein Stück Papier wird hinterlassen, absolut keine Spur. Und die Menschen, die die Präsentationen machen, müssen alles auf dem Laptop löschen. Wenn dann ein Kunde anbeißt, muss der erstmal eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben. Wir treffen eine, die jahrelang Firmen umgebaut hat, um Gewinne verschwinden zu lassen und Steuern zu sparen. Betriebsprüfer sind dagegen völlig machtlos, sagt sie. Denn Steuerberater agieren international. Die Zuständigkeit der Prüfer aber hört an der Grenze auf. Die Berater sind einfach mehr und besser bezahlt. Bessere Qualifikation, besserer Austausch international. Denn einer der Nachteile ist ja auch, die deutschen Prüfer reden mit deutschen Prüfern. Die reden mit keinen ausländischen Prüfern. Während die Beraterseite tauscht sich international aus und hat dort ganz andere Möglichkeiten als ein deutscher Prüfer. Es wird immer ein Hase und Igel spülen bleiben. So viel Geld hat die öffentliche Hand nicht, um ihre Prüfer so aufzurüsten wie die Berater. Journalisten bringen es zum ersten Mal ans Tageslicht. Ein Skandal. In Luxemburg haben global agierende Konzerne jahrelang Absprachen mit dem Staat getroffen und so ihre Steuern fast auf Null gesenkt. Verhandelt wurden diese Absprachen mit den Luxemburger Finanzbehörden. Durch die vier großen Steuerberatungsfirmen. Die Steuervermeidungsindustrie. Und die ist überall dort besonders aktiv, wo Steuern gespart werden können. Großbritannien nimmt sie ins Visier, die Steuervermeidungsindustrie. Weil die Staatseinnahmen dramatisch gesunken sind, lädt das Unterhaus Vertreter der Steuerberatungsfirmen Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers und KPMG vor. Sind ihre Methoden wirklich legal? Die Anhörung fördert Erstaunliches zutage. Sie sagen, dass sie ein Steuersparmodell einsetzen, wenn es eine 25-prozentige Chance gibt, dass es durchkommt. Das heißt, sie bieten ihren Kunden Modelle an, von denen sie genau wissen, dass es ein 75-prozentiges Risiko gibt, dass sie später als ungesetzlich eingestuft werden. Das ist für mich eine schockierende Aussage von einem ihrer Berater. Und ich wette, dass es von allen vier Firmen, die hier sitzen, genauso gemacht wird. Und ich frage mich, wie sie das rechtfertigen. Also erstmal weiß ich nicht, woher das kommt. Und ich kenne diese Aussage nicht. Man darf ja nur Steuererklärungen einreichen, wenn man davon ausgehen kann, dass sie mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit durchkommen. Das ist ja interessant. Sie machen es also ab über 50 Prozent. Ja, ja. Die anderen machen es ab 25 Prozent. Das heißt, die Hälfte der Modelle, die Hälfte, die sie in Steuererklärungen verwenden, werden später als ungesetzlich eingestuft. Die Schwelle liegt bei 50 Prozent. Das ist ein ganz erstaunliches Eingeständnis. Können Sie sich vorstellen, dass Hersteller von Lebensmitteln oder Medizin mit Produkten handeln, von denen sie wissen, dass sie etwas verkaufen, das zu 50 Prozent illegal ist? Aber genau das macht die Steuervermeidungsindustrie. Dieser Industrie etwas entgegenzusetzen, müsste das nicht ein Anliegen der Politik sein? Doch. Deswegen brauchen wir Transparenz. Deswegen brauchen wir auch bestimmte Regeln. Steuerberatung ist ein seriöser Beruf. Man muss ja den Menschen helfen, ihre steuerlichen Angelegenheiten zu erfüllen. Und man muss den Unternehmen natürlich auch helfen, die günstige steuerliche Gestaltungsmöglichkeit zu suchen. Man ist nicht verpflichtet, möglichst so viel Steuern zu bezahlen, wie man legal auch weniger bezahlen könnte. Das hängt ja von vielen Entscheidungen ab. Wirtschaften beruht ja darauf, unter möglichst günstigen Kosten möglichst gut zu produzieren, um am Markt erfolgreich zu sein. Aber die Übertreibungen sind das Problem. Wir müssten Konzerne verpflichten, jährlich aufzuschlüsseln, welche Gewinne und welche Erträge und Ertragssteuern sie in jedem Land bezahlen, indem sie operieren. Bisher haben wir diese Zahlen nicht. Für Konsumenten, für Steuerbehörden wäre es wichtig zu wissen, wo Konzerne tatsächlich welche Gewinne erwirtschaften, welche Umsätze erwirtschaften. Auch Niklas Schexen fordert mehr Transparenz in Unternehmensbilanzen, um gegen Steuervermeidung vorgehen zu können. In der EU wurde 2012 auch eine solche Richtlinie verhandelt. Verabschiedet wurde sie dann aber nur für die Rohstoffbranche, die bei uns kaum eine Rolle spielt. Für Deutschlands wichtige Branchen gilt die Richtlinie nicht. Jetzt muss man das auf alle Branchen ausweiten. Aber es gibt viel Widerstand von einigen Ländern und internationalen Konzernen. Sie wollen diese Transparenz einfach nicht. Dieser Kampf wird gerade geführt. Es geht darum, andere Branchen wie Banken und Telekommunikation mit einzubeziehen. Auch beim Treffen der 20 größten Industrienationen in Moskau steht Steuervermeidung ganz oben auf der Tagesordnung. Ein Aktionsplan wird angekündigt. Und Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble tritt Seite an Seite mit dem OECD-Generalsekretär als Vorkämpfer gegen Steuervermeidung und für mehr Transparenz auf. Viele Mittelständler und auch der normale Steuerzahler werden meiner Erfahrung nach langsam ein wenig wütend. Wie wollen Sie denn jetzt zum Beispiel die deutschen Großkonzerne an die Kandarre nehmen? Das ist nicht illegal, sondern legal. Antigone hat das gesagt. Und infolgedessen ist es Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, Regeln zu schaffen, die die Voraussetzungen dafür leisten, dass die tatsächliche Geschäftstätigkeit dort erfasst wird, wo sie geleistet wird. Und das genau ist das Ziel unserer Initiative. Die Bundesregierung, also ein Vorreiter für mehr Transparenz? Uns werden streng geheime Dokumente zugespielt, sogenannte Weisungen. Es sind Papiere, die belegen, nach welcher Strategie Deutschland in Brüssel während der Verhandlungen um die Richtlinie 2012 vorging. Sie stammen aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Darin heißt es, Deutschland kann eine Erweiterung der Berichtspflicht auf weitere Branchen wie Banken, Telekommunikation und Bau in keinem Fall mittragen. Mit anderen Worten, die Transparenz, die der Finanzminister öffentlich fordert, will das Wirtschaftsministerium nicht. Dort will man sie sogar in keinem Fall. Ich bin von diesen Weisungen entsetzt. Diese Weisungen zeigen, dass tatsächlich Deutschland jeglichen Fortschritt im Bereich der Transparenzverpflichtung über Steuerzahlungen mithilfe des europäischen Rechts hintertrieben hat. Blockiert auch die Bundesregierung eine gemeinsame Steuerpolitik der EU? Zwar wird die Transparenzverpflichtung endlich auch auf die Banken ausgeweitet, wie viele Experten gefordert haben. Doch die meisten Branchen kommen nach dem Willen der Großen Koalition ungeschoren davon. Inzwischen beginnt die OECD, ihren Aktionsplan umzusetzen. Er besteht aus vielen Einzelmaßnahmen. Aber auf eine einheitliche Besteuerung von Großunternehmen konnte man sich nicht einigen. Und auch in der EU blockieren sich die Länder weiter gegenseitig. Die Enthüllungen über die Steuerabsprachen in Luxemburg haben daran nichts geändert. Schon gar nicht für all die anderen Steueroasen im Herzen Europas. Und so sparen Unternehmen weiter Steuern, verschulden sich die Staaten immer mehr. Die reichsten und mächtigsten Menschen bringen ihr Geld in Steueroasen. Sie plündern ihre Länder aus, brechen die Gesetze, zerstören die Demokratie und vergrößern extrem die Ungleichheit. Und niemand tut etwas dagegen. Ich glaube hier erleben wir eine wirkliche Krise der Demokratie, die sich auch noch weiter zuspitzen dürfte. Und wenn wir hier keine anderen Antworten finden als dieses Verschieben der Verantwortung, ich glaube dann werden wir uns noch wundern, welche politischen Instabilitäten auf uns zukommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.